Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen Update-Video. Heute sprechen wir über Yasin und über die Show The 50. Yasin hat, falls ihr diese Show schon gesehen habt, beziehungsweise die ersten paar Folgen, die ja bereits raus sind, in der Show natürlich was mit jemandem angefangen und wer ist diesmal die auserkorene Jenny Elvers. Falls ihr The 50 noch nicht gesehen habt, würde ich euch das tatsächlich sehr ans Herz legen. Das ist eine persönliche Empfehlung. Ich weiß, dass viele nicht ganz so begeistert sind von der Show, eventuell auch, weil die Erwartungen so hoch waren. Es machen ja tatsächlich 50 der Crème de la Crème Darsteller aus dem deutschen Trash-TV mit, aber meine Erwartungen hat es bis jetzt zumindest voll erfüllt. Es ist Drama dabei, es ist alles Mögliche dabei, was wir halt aus dem Trash-TV kennen, aber kombiniert mit einer Spielshow, die mich sehr an The Squid Game erinnert. Ich werde euch jetzt in Bezug auf Yasin und Jenny einmal kurz einen Screenshot einblenden, falls ihr die Show noch nicht gesehen habt und nicht wisst, was zwischen den beiden abgegangen ist. Gut, also in der Show ist es tatsächlich sehr, sehr hoch hergegangen zwischen den beiden und jetzt schauen wir uns an, wie Yasin sich dazu geäußert hat und was er zu der ganzen Thematik sagt. Läuft da was mit Jenny? Ist da immer noch was? Gab es Drama? Was ist da los? Ja, liebe Leute, wollen wir doch direkt mal mit der Frage starten, die am häufigsten gestellt wurde und auch schon bevor die Show losging, die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Warum Jenny? Ja, Leute, warum nicht? Warum nicht? Ich war Single, sie war Single. Wir beide fanden uns gut, haben uns mega gut verstanden. Da klutscht man ein bisschen rum, ist ja in Paris. Also, wir haben uns die Show halt einfach cool gemacht. Es ist doch cool, wenn du jemanden drin hast, mit dem du dich super verstehst. Ab und zu mal ein bisschen knutscht. Why not? Ja, es wurden auch keine Herzen gebrochen oder Sonstiges. Es gibt auch kein Drama, was es zum Nachhinein gibt oder Sonstiges. Die Leute verstehen uns auch bis heute noch gut. Alles ist in Butter. Wir sind nicht zusammen oder banden irgendwie an, aber wir hatten einfach dort eine tolle Zeit. Und das war's. Also, ich weiß nicht, warum so ein krass Fass aufgemacht wird. Wir haben halt einfach unser Leben genossen, bis zum Abwinken. Ja, von dem her, das zum Thema Jenny. Ja, das hört sich doch gut an. Kein Drama. Beide sind happy, alle sind zufrieden damit, wie es gelaufen ist. So soll es doch im Idealfall sein. Zum ersten Mal gibt es tatsächlich kein Drama um Yasin. Und da wir gerade über Yasin reden, gehen wir auch noch einige Fragen aus seiner aktuellen Fragerunde durch, die ihm zu The 50 gestellt wurden. Zunächst wollte jemand wissen, wann haben die Aufnahmen stattgefunden? Und Yasin sagt dazu, letztes Jahr, Anfang August. Übrigens, eine Followerin hat mir, ich glaube, gestern oder vorgestern eine Nachricht geschickt und gesagt, hey, ich habe The 50 gesehen, beziehungsweise die ersten vier Folgen. Und da machen ja sowohl Tommy als auch Paulina mit. Waren die beiden da schon zusammen? Wann wurde das gedreht? So, und durch Leute wie Yasin wissen wir ja zum Beispiel, dass diese Show The 50 im August gedreht wurde. Und wir wissen auch, dass Germany Shore, wo Tommy und Paulina sich ja richtig kennengelernt haben und was miteinander angefangen habe, haben im Juni gedreht wurde. Also ungefähr zwei Monate vorher, beziehungsweise wahrscheinlich war der Abstand noch ein bisschen kürzer, wenn Germany Shore so Mitte Juni gedreht wurde, bis Ende Juni. Und dann ab Anfang August hier schon The 50. Eine weitere Person wollte dann von Yasin wissen, wusstet ihr vorher, wer da mitmacht oder was für Infos habt ihr bekommen? Sehr interessante Frage. Und Yasin sagt dazu, wir hatten keinerlei Infos zu dem Projekt. Wir wussten nur, dass es eine Gaming-Show wird. Wir wussten auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir für unsere Follower spielen. Ja, das war eine große Überraschung. Ich glaube, für die meisten war es auch eine große Überraschung, dass wirklich 50 Leute dort mitgemacht haben. Auf jeden Fall eine coole Show. Ach so, falls ihr gar nicht mitbekommen habt, wo sie läuft, auf Amazon Prime. Ich habe sowieso schon einen Amazon Prime Account gehabt, deswegen musste ich mir keinen neuen machen. Aber ich glaube, auch dort kann man sich einen Probemonat oder eine Probewoche oder so machen. Und hier wird es so laufen, dass es insgesamt, ich glaube, irgendwie 13 Folgen oder sowas gibt. Und erst mal immer vier Folgen gleichzeitig rauskommen. Also jetzt am Montag kamen vier raus. Dann jetzt den kommenden Montag kommen wieder vier raus. Dann kommen nochmal vier raus. Und ich glaube, dann zwei. Also das ganze Format läuft insgesamt nur vier Wochen. Und falls ihr keinen Bock auf ein weiteres Abo habt, kommt ihr, glaube ich, mit diesem kostenlosen Probeabo da auch ganz gut hin. Nächste Frage. Wie lange dauerten die Spiele meistens so? Und Yasin sagt, von bis alles dabei. Ich glaube, das längste Spiel gegen vier Stunden kommt aber noch. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir müssen auch immer mit dazu bedenken, dass ja erstmal die Spiele auch noch richtig erklärt werden. Nicht nur durch den Löwen, sondern auch durch Spielleiter. Und dass dann alle irgendwie da in die richtige Position müssen. Und bla bla bla. Und das dauert eben bei so vielen Leuten. Bis dann auch die Kameras richtig, also nicht aufgestellt sind, aber das ganze Setting fertig ist. Und alle irgendwie in Stellung sind. Ja, zieht sich das länger, als wir so das Gefühl haben vor dem Bildschirm. Im Folgenden hat Yasin eine Nachricht von einem Follower geteilt, der geschrieben hat, ich feier dich, du und deine Jungs, ihr macht das richtig unterhaltsam. So, und jetzt passt auf. Yasin kommentiert das folgendermaßen. Die Neandertaler, die keine Werte vermittelt bekommen haben, hatten den meisten Spaß. Die The Fifty schon gesehen haben, verstehen es. Ja, ich verstehe es, ich erkläre es euch, falls ihr das nicht gesehen habt. Er spielt damit auf Thorsten Legert und Konsorten an. Thorsten Legert und ein paar andere, wie zum Beispiel Matthias Mangiapane, haben sich darüber ein bisschen echauffiert, dass die jüngeren männlichen Teilnehmer, wie Yasin, Paco und wer da alles sonst in der Gruppe war, ziemlich viel Radau gemacht haben. Die waren ziemlich laut und haben halt ziemlich viele Albernheiten gemacht. Und das hat Thorsten Legert damit kommentiert, dass die keine Werte vermittelt bekommen haben und kein Niveau haben. Und sein Nico Legert würde sowas ja niemals machen. Darüber haben wir ja schon so ein bisschen im letzten Tagestrash gesprochen. Aber deswegen kommentiert Yasin das so. Und ich muss sagen, ich bin da auch bei ihm. Man muss jetzt diese Jungsgruppe nicht mögen oder so. Aber in einer Position von Thorsten Legert zu sein und dann zu sagen, mein Nico Legert hat da aber mehr Niveau und hat Werte vermittelt bekommen. Und ich glaube, das Verhalten, was wir von Nico Legert gesehen haben im Fernsehen, toppt das Verhalten von diesen Jungs hier nochmal deutlich. Jo, drei Fragen haben wir noch. Und zwar, wie lange waren die Dreharbeiten? Und Yasin sagt, für manche ja nicht mal 24 Stunden. Ja, weil direkt am Anfang schon Leute rausgeflogen sind. Aber wenn man bis zum Ende drin war, 12 oder 13 Tage, glaube ich. So, ja, fast zwei Wochen und fast zwei Wochen Gage für 50 Leute, die ja wirklich keine No-Names sind. Ich weiß, ich sage es immer wieder. Aber ich würde so gerne wissen, was denen da geboten wurde. Weil die mussten ja auch richtig gelockt worden sein. Dem wurde nur gesagt, das ist eine Gameshow. Dann auch noch auf einem neuen Streaming-Portal, wo bis jetzt kein deutsches Reality-TV gelaufen ist. Da würde mich wirklich mal interessieren, was du jetzt zum Beispiel so ein Yasin für eine Gage da bekommen hast. Was glaubt ihr? Und die vorletzte Frage. Würdest du sagen, dass The 50 das beste Format ist bisher? Geiler Typ, bleib so wie du bist. Yasin sagt für mich persönlich das geilste Format, in dem ich bisher mitmachen durfte, mit Kampf der Reality-Stars. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, sind das ausgerechnet zwei Formate, wo es nicht um Dating oder sowas ging. Gut, bei Germany Show jetzt auch nicht so richtig. Aber, und Temptation Island auch nicht so richtig. Aber die ganzen anderen Formate hatten irgendwie mehr mit Liebe zu tun. Und Yasin scheint mehr Spaß tatsächlich in den Formaten zu haben, wo es nicht um Liebe, Dating oder diese Themen geht, sondern um Challenges. Trotzdem lässt er es nicht, lässt er es sich nicht nehmen, auch diese Spielshow zu einer Datingshow zu machen, indem er eben die Jenny Elvers klar macht. Wer hätte damit gerechnet? Und die letzte Frage. Wie viele von The 50 kanntest du vorher? Persönlich glaube ich, die Hälfte und gehört von jedem bis auf die TikToker. Ich habe selbst kein TikTok. Ja, ich habe zwar TikTok, aber ich benutze das nicht so richtig. Ich habe mir das mal gemacht, weil ich da irgendwie was Trashiges machen wollte. Daraus ist aber irgendwie nicht so richtig was geworden. Ich habe da, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal was gepostet und das dann super krass vernachlässigt. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin da wahrscheinlich zu alt für. Und ich kannte tatsächlich auch, ich glaube, alle oder fast alle, außer die TikToker. Die kannte ich tatsächlich alle nicht. Und diese Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush oder so, die kannte ich auch nicht. Aber sonst, glaube ich, kannte ich alle. Wie sieht das bei euch aus? Wie viele ungefähr von den 50 kanntet ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn ich das jetzt so durchrechne, ich glaube, das sind vier TikToker oder so. Außer den Freund von Eve, den kannte ich. Und hier eben Candy Crush. Ich würde sagen, 45 von der 50 kannte ich. Gut, das war doch jetzt ein kurzes, knackiges Video. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Das nächste Mal melde ich mich, glaube ich, wieder mit dem Tagestrash. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!